Hallo und herzlich willkommen. Heute wieder Social Dance Vlog mit langsamem Walzer und ausweichenden Figuren. Da wird nicht gemeint, wie ihr den Figuren ausweicht, sondern mit was für Figuren ihr andere Paar oder Störfaktoren auf jeder Tanzfläche gut ausweichen könnt. Viel Spaß. Die Grundidee einer Figur zum Ausweichen ist erstmal, dass wir eine Richtungsänderung haben, also einen Check. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel, wir fangen mal ganz langsam und gemütlich an, in eurem Grundschritt unterwegs seid und tanzt und könnt an irgendeiner Stelle nicht weitermachen, ist es eigentlich immer schön, wenn es die erste ist, das heißt Schritt vorwärts oder rückwärts. Das heißt, ich komme hier an, zack, könnt ihr nicht weitermachen und der Trick, wie ich damit umgehe, ist, ich verlängere diese Bewegung. Das heißt, aus dem Rückwärtsschritt tanze ich weiter mit der Wiege. Das heißt, eins, zwei, drei und jetzt könnte ich hinten dran meine Vorwärtshälfte wieder dran packen und weiter tanzen. So könnte das dann aussehen. Das heißt, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei und eins, zwei, drei. Das geht natürlich in Drehung noch viel besser, weil ich bin irgendwo unterwegs und merke das kosten. Eins, zwei, drei und eins, zwei, drei. Das ist das Coole. Das ist das erste Tool. Das heißt, ich bin nicht gezwungen in meinen festen Bewegungsmustern, ich kann als Tänzer auch mal sagen, okay, ich habe diesen Part und eben diesen wiederhole ich entsprechend. Rein so richtig darf ich den auch verlängern. Das tut keinem weh und in Musik schon gar nicht. Das heißt, wenn ihr drin seid, ob ihr eins, zwei, drei und vorwärts weiter mit Schriftzeichen schließen tanzt oder eben eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und dann der Störfaktor weg ist und weiter mit Rückwärts schließen tanzt. Das ist vollkommen egal. Eins, zwei, drei, drei, vier, fünf, sechs und eins, zwei, drei. Für uns super chillig. Eine Version für uns des sogenannten Rechtskreises, der jetzt mehr als Videobewegung getanzt wird, mit dieser Formation. Super chillig und super cool. Im Grunde ist es auch egal, ob wir das im Rückwärtspart oder im Vorwärtspart tanzen. Denn worum es hier geht, ist Flexibilität. Das heißt, ihr wollt einen Move, wo ihr bestimmen könnt, okay, ich baue den spontan an sozusagen fast jeder Stelle an und kann ab da weiter tanzen. Das ist jetzt alles gerade mal aus dem Grundschritt heraus. Das heißt, auch als Beispiel, ihr tanzt und ihr merkt jetzt vorwärts, da ist ja irgendwas im Weg. Ja, ihr könnt da nicht weiter schieben und nicht weiter drehen. Also tanzt ihr eins, zwei, drei und eben mit der Rückwärtshälfte vom Grundschritt weiter. Eins, zwei, drei und wieder so aussehen. Da, 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 siegen Schritt und rück, sein Schluss. Ebenfalls können wir es genauso verlängern. Kommt super, dass ihr tanzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und Schritt, sein Schluss. Dann geht man wieder mit einem anderen Teil aus. Wie viel ihr dabei dreht, ist vollkommen egal. Und wenn ihr ein Profipaar seht, die nennen das eine Achsen. Wir nennen das chilliges Ausweich an Platz mit der Rückwärtsdrehung. Außenseitige Schritte. Ihr könnt es genauso wie vorher machen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen außenseitigen Wechsel tanzen, hier wäre jetzt der Moment. Eins, zwei, drei und Schritt, sein Schluss. Ihr könnt dadurch super umlenken und breit trotzdem mit diesem Dreiermuster der Musik. Das geht eigentlich auch mit ein bisschen Drehung. Das heißt, um, um, um und eins, zwei, drei und Schritt, sein Schluss. Muss man aber total vorsichtig und sagt damit umgehen, sonst ist das nachher wie so eine Garage-Nummer und das wollt ihr auf gar keinen Fall. Jetzt machen wir weiter. Und zwar könnten wir auch die Richtung komplett umlenken. Das heißt, cool ist es, wenn ich in andere Muster wieder rüpfe. Das heißt zum Beispiel beim Außenseitenwechsel. Hier der Check. Und ich will den Dreiermuster haben. Also spiegle ich jetzt diese Seite. Eins, zwei, drei und zack, könnte ich jetzt mit dem linken Fuß außenseitig an mir vorbeitanzen. Und zum Beispiel mit links und weiter. Wieder rupfen. Da rupfen. Da rupfen. Da rupfen. Da rupfen. Eins, zwei, drei, check. Zwo, drei und vorbei. Zack, zack. Sollte da mal jemand im Weg sein, dann geht das natürlich auch, dass ich das Ganze wieder rupfe. So, zum Beispiel. Außenseitiger Wechsel. Check. Check. Und ihr merkt, okay, ist ein bisschen Stress. Da ist überall jemand. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Baut ihr das Ganze um mit ein bisschen Drehung. Ihr habt ja auch noch die erste Variante und könnt diese wieder reinpacken. So, richtig spannend immer. Wie merkt ihr das? Ich kann da gar nicht so viel führen, das hört sich so doof an. Aber solange ihr in Tanzhaltung unterwegs seid, geht es eigentlich nur um den Gewichtswechsel. Was ihr hilft, wenn ich mein Gewicht ganz bewusst übertrage. Das heißt, wenn ihr guckt und ich tanze jetzt zum Beispiel einen Vorwärtsschritt und ich möchte den umlenken, dann werde ich mein Gewicht zwar auf den rechten Fuß drauf bringen, aber nicht bis ganz auf den Bein. Dann in dem Moment, wo ich auf den Bein gehe, denkt sie, es geht schon mal weiter in die nächste Richtung. Ich bin also zwar vielleicht drauf auf dem Fuß, aber vielleicht sind es auch nur 90 oder 80 Prozent. Das müsst ihr ein bisschen auschecken, wie das für euch ist. Was mir immer hilft, dass ich den Kopf dabei hinten halte. Das heißt, was ihr seht, wenn ich den Kopf mehr über die Ferse halte, dann ist das für sie relativ klar, ich lasse ihn nicht ganz übertragen. In dem Moment, wo ich hier wäre und würde weitergehen, ist easy schon vorprogrammiert, was als nächster Schritt kommen würde. Und das will ich ja in dem Moment genau vermeiden. Das heißt, wenn ich meinen Kopf in ein kleines bisschen in der Gegenrichtung halte, geht es einem gut. Das geht auch für die andere Richtung. Wenn ich im Rückwärtsschritt unterwegs bin und lasse meinen Schädel etwas weiter vorne, dann weiß ich, okay, das ist kein Problem. Nehme ich den Schädel zu weit mit nach hinten, könnte nochmal einen Schritt folgen und das wollen wir nicht. Dann seid ihr eigentlich glücklich. Und da kommt unser Freund Stevie Wonder ins Spiel. Wenn ihr den Kopf benutzt in der Gegenrichtung, dann geht es euch gut. Schaut mal her. Wir tanzen. Ich lasse den Kopf frei hier. Ich nehme den Kopf mit. Ich lasse den Kopf weiter hinten. Ich nehme ihn mit. Das heißt, sie spürt eigentlich ganz gut daran, ob ich den Kopf mitnehme oder nicht, durch die Bewegung meines Oberkörpers damit geht, was als nächstes kommt und wo es weiter hingeht. Dadurch könnt ihr die auch wieder in anderen Positionen abchecken und die folgen jetzt. Promenadenposition. Wie machen wir das? Das Coole ist, es ist immer der Zweck im Grunde. Wir wollen euch trotzdem noch mehr durchziehen. Wenn wir also eine Promenadenposition erreicht haben, tut es mir nicht weh zu sagen, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich spule zurück und hänge eine geschlossene Dreischrittfolge hinten dran. Das heißt, um nochmal zu gucken, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei und Schritt, Schritt, schließen. Wieder eine ganz andere Position erreicht. Ich könnte rechts vorwärts weiter tanzen. Dann bleibt das Dreiebnis erhalten. Perfekt für den Social Dance Store und funktioniert richtig, richtig gut. Alternativ, wenn ihr etwas mehr dem klassischen Charakter aus langsamen Walzer ausweichen möchtet, dann könntet ihr das auch gerne auf der Zweite. Es folgt dem selben Prinzip. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Vorteil von der Nummer, ich komme direkt wieder in der Ausgangsposition an. Kann natürlich gut meinen Sechser machen, ohne dass es komisch wird. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Ist eine total schädige, gute Nummer. Wenn ihr jetzt ein bisschen crazy unterwegs seid und merkt, okay, die Fläche wird schnell wieder frei, dann geht es auch nochmal ganz anders. Dann kann man das mixen mit der ersten Version. Zum Beispiel eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Dann tanze ich bei eins ein Check. Eins, zwei, drei. Und könnte hier hinten dran die Figur tanzen, die ich gerne aus Promenade machen wollte. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ihr seht, es gibt also flexible Möglichkeiten, die Richtung zu ändern und schnell irgendwie rauszuweisen. Es geht eigentlich immer dasselbe Konzept. In dem Moment, wo ich mein Gewicht nicht voll auf einen Fuß übertragen habe, ist alles gut. Dann könnt ihr bei jedem Schritt umlenken, an jeder Stelle. Entweder auf der Eins oder auf der Zwei. Bei drei ist es meistens zu spät, weil die schließt ja oft nur. Deswegen brauche ich auch nichts umlenken, weil schließen ist schließen. Und danach kann ich hier in die Richtung weiter, in die ich sowieso möchte. Nur die Frage ist immer eine, merkt sie es wirklich? Weil wir haben jetzt viele Ideen und wir gehen einfach davon aus, als Mann, sie merkt das 100% beim Gewichtsübertrag. Bei uns ist es so, wir haben eigentlich immer die Idee Rally Car. Sie ist der Pilot, ich bin der Co-Pilot. Weil ich die Ansagen mache und sage, halb Lebens, scharf rechts und so weiter und so fort. Und sie der wahrhaft ausführende Part ist, der das in diesem Moment wirklich hinkriegen muss. Deswegen gibt es einen Trick, und zwar den Brush. Der Brush ist eine coole Aktion. Achtung, weil in dem Moment, wo ich mich irgendwo hier bewege und möchte abchecken, und sie merkt es etwas später, hat sie den Fußreicht herangenommen, aber noch nicht belastet. Wenn sie jetzt merkt, dass ich zurückgehe, haben wir eine coole Aktion getanzt ohne Problem. Wir zeigen euch das mal in der Schwebe. Das heißt, drei, eins, zwei, drei. Ich habe gebremst, habe sie nicht ganz auf den Fuß drauf gelassen, nur durch meine Gewichtsverlangen. Und sie hat es vielleicht eine Millisekunde später gemerkt. Dadurch entsteht der Brush. Das ist nicht schlimm. Es folgt immer dem Prinzip, Haare ab sind Haare ab. Was ich damit sagen will, ist, wenn ihr beim Friseur seid und ihr habt es abgeschnitten. Dranschneiden ist schwer. Und deswegen belastet sie immer möglichst spät ihren Fuß und geht ganz in Ruhe daran. Dadurch hat sie die Chance, auch da noch umzulenken und den Fuß wieder mitzunehmen. Da, da, eins, zwei und drei. Ist perfekt. Funktioniert rein theoretisch auch beim Check. Tut uns da nicht weh. Ich zeige euch nochmal vor. In dieser Kombination mit dem Check auch aus Kominadenbesitzung. Eins, zwei, drei. Eins, Brush eins. Brush zwei. Und weiter. Ihr müsst euch also keine Sorgen machen. Wenn ihr den Fuß mit angenommen habt, bedeutet das nichts, weil er noch nicht belastet ist. Ihr könnt also wieder starten und den Fuß wieder mitnehmen. Außerdem ist es eine mega coole Styling-Aktion. Das heißt, man kann es jederzeit, wenn so eine Wiege, Schwebe oder Up-Check-Bewegung ist, einmal einbauen, dass das Bein mitschwingt und wieder weg. Es könnte euer persönliches Styling sein. Und deswegen einfach cool. Bei mega coolen Stylen kann man aber auch vor Fehlern bewahren oder vor Unstimmigkeiten ein paar. Was ja kein Fehler ist, sondern einfach nur ein Missverständnis. Und das macht es ja eben so spannend. Wir wünschen euch viel Spaß. Viel Spaß beim Ausprobieren. Und freuen uns auf... Nächstes Mal kommt Anne-Marie mit ihren Farbkonzepten. Ja. Da geht es nicht um Farben an sich, sondern vor allem, wie dekoriere ich cool. Und das wird richtig Spaß. Ich freue euch drauf. Vielen Dank. Bis dann.